Danke. Will sich hier gleich auf die Strecke einlassen mit der 144. Und ja, jetzt wird er angegangen, überhaupt. 144 natürlich, und egal, ich entschuldige Sie die Verwechslung. 144 natürlich zu erkennen und Laufanzug. Italien hat er auf dem Brück gestehen, dann mit der 144. Das ist Vladislav Büchernov aus Israel. Rodigavi wird wieder mit. Die 121 dann dahinter, Maxime Chatelier aus Frankreich. Und der Prezose, jetzt eine Stürze. Rodigavi auf Position 2. Mit der 131, Schiedenchen. Aus der Kielerwande. Position 2. Und jetzt kommt der 10. Verteidiger. Und der Kielerwande. Und die Außenvorsitzung setzen sich an die Spitze. In Turin war die letzte Europameisterschaft. Und der Stoff zu der 63 von Russland. die Saisonkart довольно viel! Und der Kielerwande. Die Saisonkartierin hat sich abgesetzt. Jetzt, in der pleine Wünsche, zwischen Platz 2 und 3, Shoulders Dane, Schiedenchen gegen Wannle hat sich abgesetzt. Zusammen mit Dich von Arief, Dich von Arief, Dich von Arief und Dich von Arief und Dich von Arief, Dich von Arief und Dich von Arief und Dich von Arief. Und jetzt als 1. und 2. und 2. für ihn verziehen.